So, möglicherweise bin ich jetzt vom Festival schon wieder nach Hause gekommen oder ich komme bald zurück, aber auf jeden Fall wird es heute noch den letzten Gast-Upload von Warbase geben. Viel Spaß! Obi-Wan Kenobi war einer der stärksten Duellanten seiner Zeit. Im Gegensatz zu seinem Meister Qui-Gon Jinn und seinem Schüler Anakin verwendete er einen sehr passiven und defensiven Kampfstil. Trotzdem konnte er, wenn er die Chance sah, aggressiv werden und seinen Gegner schnell in die Knie zwingen. Er war auch dazu in der Lage, Darth Maul sowie auch General Grievous mehrere Male zu besiegen. Obwohl Obi-Wan gewöhnlich nur ein Lichtschwert benutzte, schien er auch in der Kunst von Chakai, also mit der Verwendung von zwei Lichtschwertern vertraut zu sein und kann sogar auf einem sehr hohen Niveau kämpfen. Dies kam beim Duell gegen Darth Maul und Savage Opress gut zum Vorschein und es gelang ihm, in einem Eins gegen Zwei mitzuhalten und sogar Savage Opress zu verletzen. Er war auch dazu in der Lage, sein Lichtschwert zu verwenden, um Machtblitze abzufangen und ihre Energie aufzunehmen, wie er es zum Beispiel im Kampf gegen Count Dooku demonstrierte. Kenobi war auch in der Lage, seinen ehemaligen Lehrling Anakin Skywalker, jetzt Darth Vader, in einem epischen Duell auf Mustafa zu besiegen. Er konnte Vader, nachdem er rücksichtslos auf ihn zusprang, mit Hilfe seiner ziemlich schnellen und aggressiven Angriffe zerstückeln. Weiters war er auch dazu in der Lage, den Sith Darth Maul als erfahrener Kämpfer in den Klonkriegen leicht besiegen. Als es zu einem erneuten Kampf zwischen Obi-Wan und Darth Vader kam, war Obi-Wan schon alt und nicht mehr wirklich fit trainiert und hatte auch schon seit Jahren nicht mehr wirklich gekämpft. Trotzdem war er immer noch ein würdiger Gegner und konnte sich gegen Vader für eine relativ kurze Zeitspanne halten, wurde aber wegen seines Alters und der physischen Kraft von Vaders Angriffen schnell erschöpft. Anstatt den Kampf fortzusetzen, entschied er sich stattdessen, seine physische Form zu opfern und eins mit der Macht zu werden. Somit konnte er beiden Skywalkers noch eine letzte Lektion erteilen. Also war dies alles Teil seines Plans. Obwohl sich Obi-Wan Kenobi weitgehend auf den Lichtschwertkampf fokussierte, war er auch sehr geschickt und mächtig in der Verwendung der Macht. Er war auch sehr stark mit Jedi-Gedankentricks und konnte so gut wie jeden irgendwie beeinflussen oder sogar ganz steuern. Er war auch dazu in der Lage, seine Emotionen und Machtfähigkeiten zu unterdrücken und daher leicht an der Kawa unterwegs zu sein, ohne von irgendwem entdeckt zu werden. Er war auch dazu in der Lage, Telekinese zu benutzen, um Gegenstände zu verschieben, schweben zu lassen oder zu zerstören. Er benutze diese Fähigkeit auch, um seine Sprungkraft enorm zu erhöhen und dadurch leichter im Kampf durch die Luft zu gleiten. All dies sind Gründe, dass Obi-Wan einer der stärksten Kämpfer aller Zeiten ist. Nachdem meines Erachtens das Niveau dieses Kanals wie die Titanic sinkt, muss ich mal wieder dem netten Boy auf die Sprünge helfen. Also wenn ihr wirklich guten Content sehen wollt, dann schaut mal bei mir vorbei. Das ist natürlich alles nur Spaß, aber ich würde mich trotzdem freuen, wenn der ein oder andere mal bei mir vorbeischauen würde. Und möge die Macht mit euch sein. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!